Jetzt kannst du die Haare aufmachen Marcel. Sieht furchtbar aus bei der Frisur. Marcel hat schöne lange Haare und du kannst dich ruhig drehen und dann kannst du sie vielleicht so zeigen wie lange die sind und dann da rein flechten wir Kornhaus, die nach innen geflochten sind. Das hast du dir rausgesucht, was schön ist und dann zeigen wir mal wie es geworden ist. Ich freue mich, dass du da bist. Ich nicht ebenso. Einfach ein Video von Marcel. So haben wir das gemacht, so wie du es dir gewünscht hast. Du kannst dich vielleicht drehen, dass man von der Seite sieht. Genau, von hinten. Einfach hübsch. Ja, sehr schön. Gefällt es dir auch? Total. Mir auch. Dann habt viel Spaß und danke, dass du da warst. Dankeschön. Bitte. Bis zum nächsten Mal.